Jo, Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video reagiere ich wieder auf den neuen Fortnite-Shop, so wie jeden Morgen. Also, falls ihr in Zukunft nie wieder auch nur einen einzigen Skill verpassen wollt, dann lasst jetzt noch schnell ein kostenloses Abo da, einfach kurz unterscrollen und auf Abonnieren klicken. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was heute so in den Shop reinkommt. Die Auflösung vom gestrigen Gewinnspiel mache ich dann am Ende des Videos. Schauen wir uns erstmal an, was heute so in den Fortnite-Shop reinkommt. Let's go. Und, oh, okay. Nichts Neues. Die Gaunerin ist wieder da. Battle-Stufen. Oh, was heißt denn neuer Stil? Haben wir, oh, haben wir einen neuen Stil bekommen? Das müssen wir uns direkt mal anschauen. Oh, nice. Sie haben den alternativen Style zugefügt. Sehr nice. Aber irgendwie stand das nur beim Männlichen da, oder? Mal gucken. Ja. Ach so, ah nein. Leute, das ist nur, weil ich den Skin natürlich schon gekauft habe. Ja, hier sieht man es. Sie hat auch einen alternativen Stil mit blonden Haaren. Ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Die Skins sind heute wieder drin. Überholer. Der eine, ich zeige nochmal ganz kurz den Stil. Ich finde beide eigentlich ganz cool. Aber ich würde mir wahrscheinlich nur den, den weiblichen holen. Beide sehen halt sehr gleich aus. Also sehr ähnlich aus. Deswegen, weiß ich nicht. Ich würde mir nur einen der beiden holen. Und da finde ich den, den weiblichen deutlich cooler. Auch der Backpack gefällt mir bei der weiblichen Variante deutlich besser. Deswegen würde ich mir wahrscheinlich eher den holen. Dann haben wir noch dazu dieses Motorrad drin. Die weiße Böe. Ja, finde ich in weiß auf jeden Fall cooler als in der roten Variante. Dann haben wir noch diesen richtig bosshaften Ninja Skin drin mit den ziemlich geilen Flügeln. Dazu gibt es noch die Hacke, die ich persönlich eher nicht so cool finde. Und einen Gleiter haben wir auch noch. Kabuto ist wieder drin. Ist ganz in Ordnung. Für 800 Weibucks geht der auf jeden Fall klar. Dann kommen wir schon zur rechten Seite des Hotting Shops. Wie immer, wenn euch hier die Daily Shop Serie gefällt, Leute, lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und ja, im ersten Slot haben wir einen richtig geilen Skin. Nämlich die Gaunerin. Wirklich einer der besten Skins in Fortnite. Schaut einfach richtig cool aus. Spielt sich gut. Und auch der Backpack ist eigentlich ganz nice. Aber zu diesem Skin kann man eigentlich so gut wie jeden Backpack spielen. Deswegen, den Skin kann ich wirklich absolut empfehlen. Im nächsten Slot haben wir dann weiterhin die Battle-Stufen drin. Für 600 Weibucks weiterhin 10 Stufen. Plus 500 XP. Dann haben wir noch den Färtenlaser für 800 Weibucks. Ziemlich simpler Default-Skin. Finde ich jetzt nicht so besonders. Dann wieder Disco-Fieber. Schon beide, glaube ich, nicht mehr drin gehabt. Das ist echt ein ziemlich geiler Dance. Der war schon, glaube ich, Ewigkeiten nicht mehr drin, oder? Schau mal gleich nach, wie viele Tage der nicht mehr drin war und blendet euch das hier mal ein. Vielleicht hätte ich ja recht. Ich glaube, dass ich den schon lange hier nicht mehr im Shop gesehen habe. Machen wir weiter und zwar mit der Zaubermacht. Für 800 Weibucks. Ich finde die Hacke eigentlich ziemlich cool. Ich habe sie sogar die letzten Tage mal ab und zu gespielt. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung. Und im letzten Slot haben wir wieder die T-Pose drin. Ziemlich simpler Emote für 200 Weibucks. Man steht da einfach nur rum. Kann ich empfehlen. Für 200 Weibucks kann man da nichts falsch machen. Und im Video, das war es dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich auch gerne als Creator eintragen, wenn ihr mich supporten wollt. Einfach nur Snorx hier in das Creator-Feld eintragen. Vielen Dank an jeden, der das macht. Dann löse ich noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich ja wieder 1000 Weibucks verlost. Und der Gewinner von gestern ist der liebe Boyskiller HD. Herzlichen Dank an dich. Und auf die Endcard lenne ich euch nochmal ein Video von gestern ein. Da geht es um Stretched. Und zwar wird Epic Games das Spielen mit Stretched, dieser Stretch-Auflösung verbieten. Alle Infos dazu und wieso das Ganze in dem Video. Also einfach mal hier draufklicken und dann möchte ich sagen, hören wir uns dort. Bis zum nächsten Mal.